Hallo und herzlich willkommen hier bei GWB Gaming TV. Heute wieder Ranked am Start, nur mit Randoms. Ich bin mal gespannt wie es läuft und euch wünsche ich schon mal viel Spaß. Find the biohazard container location. Ich bin mal gespannt wie es läuft. Ich bin mal klar, wie es läuft. 10 seconds to go 5 seconds Location of biohazard container unknown, clear to engage Clear the blast area Activating south pole Was ist das? Biohazard located. One Op-4 remaining. Reloading! Op-4 neutralized. Mission successful. Nervous We need to protect the biohazard Container, secure the room Off-board drone has found the biohazard container Storage secure Reload! Ten seconds left Now secure Reloading Down to five seconds Protect the biohazard container at all costs Exploring in here Reloading! Unrolling razor wire Unrolling razor wire Reloading EDS up and running Someone exposed you Needle set You're exposed I got this I got this You are being tracked Op for last stop standing Reloading Friendly victorious Hostiles eliminated End 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Biohazard container has been located 10 seconds before insertion 5 seconds before insertion Proceed to biohazard container location Clear the blast area! Activating drugs. Activating drugs. Activating drugs. Activating drugs. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Operator standing One friendly operator remaining Say me, where? 15 seconds 10 seconds 5 seconds remaining Op 4 eliminated all friendlies Barricade the room We need to protect the biohazard container Time for some serious protection Op 4 drone locate the biohazard container 10 seconds left Down to 5 seconds We need to protect the biohazard container Protect the biohazard container At all cost You will be detected If you remain in this area BDS deployed is heading to go Reloading User left your channel You were moved Ready Time Have you got to play? How? Have you got to play? Yeah, one round can I do right now It's just 2-1 Yeah So, what can I do? I need to pack the biohazard Ui, what's going on? I need to get married I need to get married I need to run my hands I need to get married At the end of this world I'm going to go there In the West, to the mall You want to go there before awful And when I once again had an emergency Well done I was the one once again I can call now I can now wait Not to get married Hey, my wife is already Right, that's like What a 6th match I'm a 4th match Or maybe Yeah I want to get married Ich war halt bloß eben noch was zu essen und dann können wir loslegen Was ist das? Ach Navy Seals Aber das aussieht wie so ein Pokéball Ist doch schick Hä? Ist doch schick Boah Oh Gott, moin Hi! Na? Hi Bist du fit? Bitte? Bist du fit? Ich glaube ich fit bin am Arsch Was machst du eigentlich den ganzen Tag im Silber? Ich bin halt nicht fit Hm, gestern war ja, grad war ich beim Zahnharz Oh je ne, komm dann hör auf Du brauchst gar nicht mehr Du brauchst gar nicht mehr Und Lupa Du brauchst gar nicht mehr Smoker Hallöchen Na Süße Alles fit im Schritt Im Schritt immer, weißt du noch Naja, manchmal will, aber lass mir das Ja Remy Wolltest du eigentlich Ranked spielen oder wolltest du locker spielen? Nicely done The Biohazard Container has been located Remy Locker wird hier nicht das Spiel Sei weg Du Meist ist Remy Achso, ja, Ranked natürlich Ja Perfekt, dann passen wir jetzt zwei richtig gute Leute Und die sind nicht von mir, ja? Oh, ich hab direkt Oh Gott Hast du mir jetzt das mal auch gesagt? Ja Boah man, Junge, ey, geht mal auf den Sack Rack, rack richtig auf den Typ Ey, ich hab bald jetzt wieder neue Flüssen, ne? Wie bist du, ist denn unser vollbusiges Teammitglied bereit, sich den Rank mit uns zu stellen? Ich so, du, sorry, lass mal stecken, da hab ich keinen Bock drauf Richtig, oder? Meint der so, wie, warum, Fadingback? Ja, nee, danke Wir haben einfach keinen Bock drauf, ne? Wir sind einfach nur am rumgreichen Wir machen echt Ihr macht zwar Blödsinn, aber der macht die Kinder, der hat so richtig ab Und wir haben gesagt, nee, du, danke, da hab ich keinen Bock drauf Ja, warum denn? Wir waren am Ende alle Platin, äh, Platin-Spieler, ich so, du Und du, äh, dich haben wir ja noch hochgecarried auf Gold Das war da, wo ich Gold 2 war, da bin ich eben da runtergekackt auf Silber 2 Und dann hab ich gesagt, kriegt euch alle und habt alleine Rank gespielt Und bin wieder hoch auf Gold gekommen 3,5, weißt du was, wir finden jetzt auch kein Platin, du wirst es nicht Aber weißt du was, lass mal mit sein Jetzt kommt er nur an Was ist denn los? Wir brauchen mehr mit uns zu bocken Wir sind nicht passiert Der Tipp, und Tipp, und Tipp Ich würde gar nicht sehen, als der Tipp Das ist ein typisches Beispiel Letztes gefunden, wo es einfach nur umgegeben ist Was? Ich hab gesagt, pass auf, Junge, lass es bleiben, sonst wirst du ignoriert Ha, 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 mach ich nicht so umgegeben Hast du eh den? Hast du Helmut deine Nummer gegeben? Nein, er kriegt nur ein Foto von mir Ein angezogenes Foto Würde ich auch nicht besser ist Wenn du Helmut deine Nummer gibst, hast du verloren Selbst wenn du hier bist, trotzdem verloren Ich muss mal kurz an meiner Suppe gucken holen Mein Gott sei Dank Ich werde eine Folge gehen und schalt zu fern Schöne Um, ich wollte meine Madame Ok. Ich bin mir da dringend